Moin moin, herzlich willkommen zum Bildbesprechungs-Samstag hier aus Mallorca. Ich freue mich super, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe richtig Bock da drauf, eure Fotos für heute und von heute und aus den letzten Wochen und wie auch immer hier auf Mallorca zu besprechen. Also, absolut mega chillig hier auf Mallorca. Nein, komm, lass mal den Quatsch sein. Also, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Frank Fischer und ich melde mich hier aus Mallorca. Was ich bin und wer ich bin, steht hier, glaube ich, fett genug auf der Brust. Wer es nicht weiß, googelt mal nach FF Fotoschule oder nach meinem Namen. Ihr findet es schon raus. Ich freue mich auf alle Fälle, dass du wieder dabei bist, dass du den Bildbesprechungs-Samstag eingeschaltet hast und dass du hier auf YouTube dieses Video anschaust. Denk doch gerne daran, wenn du gleich die Bilder, die übrigens aus der Community eingesandt sind, gesehen hast, einen Daumen nach oben zu geben für dieses Video. Ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß mit den Bildern. Du möchtest vielleicht auch mal welche senden, dann schick sie doch gerne an bildbesprechung.ff-fotoschule.de Und wenn du dich für unsere Fotoreise interessierst, dann gehst du auf ffffotoschule.de, dort auf den Reiter Fotoreisen und da findest du eine breite Auswahl an Fotoreisen. In diesem Jahr geht es zum Beispiel noch nach Georgien und in die Toskana, aber auch in den ersten beiden Novemberwochen nach Mallorca, hier auf die Insel. Es würde mich super freuen, den Eidolanan von euch dabei begrüßen zu dürfen. Jetzt schalten wir auf meinen MacBook um und dann sehen wir uns zum Ende des Videos hier nochmal ganz kurz wieder. Und schon geht es los mit Foto Nummer 1 für heute. Foto Nummer 1 ist von Hilde Jüngst. Und die Hilde, die hat ihr Foto mit dem Dateinamen in Eile betitelt. Und ja, Hilde, du hast durchaus recht, da scheinen zwei richtig in Eile zu sein. Ich weiß natürlich nie so ganz genau, warum das so ist, ob das an eurem fahrenden Jeep liegt oder an was auch immer. Vielleicht so ein bisschen hier, weil wir ja heute sicherlich auch eine ganze Reihe von Tierfotos sehen werden. Ein bisschen was zu den Einstellungen. Wir haben eine Belichtungszeit von einer 320. bei einer Blende von 8 und eine Brennweite von 140 mm an einem APS-C großen Sensor. Das heißt, Kleinbild-Äquivalente, Brennweite 210 mm. Für eine Belichtungszeit von einer 320. wirkt es doch ganz schön unscharf. Und das liegt vielleicht zum einen an der Schärfentiefe, wobei ich das nicht glaube, weil bei 210 mm Kleinbild-Äquivalent und Blende 8, APS-C großen Sensor, sollte eigentlich die Schärfentiefe ausreichend groß sein, dass beides im Schärfenbereich ist. Also ich vermute fast neben der Tatsache, dass die beiden laufen, fährt auch das Fahrzeug, aus dem du rausfotografierst. Das ist meine Vermutung und dass dadurch die Unschärfe entstanden ist. Ja, ich möchte nicht unterstellen, dass ihr das Ganze provoziert habt, aber so wirkt es auf mich jedenfalls, dass eben das Fahrzeug gefahren ist und dadurch die Unschärfe resultiert. Und Hilde gerne hier in die Kommentare posten, wie es wirklich gewesen ist, weil das interessiert mich tatsächlich. Dann haben wir eine Schwarz-Weiß-Umwandlung, die ganz okay ist. Wir haben eine sehr starke Vignette, die mir nicht besonders gut gefällt. Und wir haben aber eine ganz schöne Lichtrichtung, die so leicht im Gegenlicht ist. Und ja, ich würde mir einfach wünschen, dass es irgendwo einen richtigen Fokuspunkt gäbe, der auch über das so ganz bisschen scharf erscheinende Gesicht und den ganz leicht scharf erscheinenden Kopf des kleinen Zebra-Fohlens hinausgehen würde. Aber das ist hier halt einfach nicht. Insofern gerne in den Kommentaren beschreiben, was bei dem Foto wirklich los war. Dann haben wir hier eine Aufnahme. Das finde ich schön. Da wäre ich so gar nicht drauf gekommen, weil natürlich verbindet man die Sonderfolge Afrika sicherlich überwiegend mit Tieren. Wir haben hier aber eine schöne Landschaftsaufnahme aus Afrika. Warum nicht? Natürlich schickt eure Landschaftsaufnahmen zu Themen, wo sie dazu passen. Und zwar sehen wir Kapstadt. Hier vom, ich glaube, da heißt der Berg Alliance Head oder sowas. Ich glaube ja. Also auf alle Fälle Kapstadt von oben aufgenommen. Gut, wollen wir einmal hier drauf gucken. Technische Werte sind bei der Landschaftsfotografie natürlich sozusagen nicht ganz so, ich sage nicht ganz entscheidend, aber jedenfalls nicht ganz so einflussreich wie bei eben dem Bild, was wir eben von den beiden Zebras von der Hilde gesehen haben. Auf alle Fälle haben wir hier eine Achthundertstel, Blende 7,1, Brennweite 15 Millimeter, bezogen auf Kleinbild 30, also ganz offensichtlich ein Sensor in 4 Thirds, respektive Micro 4 Thirds Größe. Guti, was sehen wir? Wir sehen also auf alle Fälle hier oben eine Draufsicht auf Kapstadt. Du hast auch einen schönen Vordergrund dabei. Michael Siebert hat übrigens das Bild eingesandt. Boah, das hätte ich fast vergessen. Du hast übrigens auch einen sehr schönen Vordergrund hier mit einem Bild gebunden, Michael. Hast das Bild auch ganz gut geschlossen auf der rechten Seite. Da könnte ich mir vorstellen, hätte es sogar noch geholfen, wenn du ein bisschen tiefer mit der Kamera gegangen wärst, einfach um den zweiten Hügel, der hier so ein bisschen, nicht so felsig ist, sondern so ein bisschen bewaldet, bemoost oder sowas. Wenn du den vor den Horizont bekommen hättest, das hätte dem Bild sicherlich geholfen. Und insgesamt wäre es meiner Meinung nach schöner, wir würden noch ein bisschen mehr nach links in die Mucht gucken können, weil da sind diese Hafenmohlen so angeschnitten. Ansonsten haben wir eine schöne, diesige Stimmung nach hinten raus. Ich finde es auch gut, dass du das nicht versucht hast, so ganz knallhart rauszuarbeiten. Wir haben diesen typischen Effekt, dass oben die Berge noch ein kleines bisschen dunkler sind als unten, da wo noch mehr Dunst hängt. Ja, insgesamt eine ganz schöne Landschaftsaufnahme. Von Steffen Käppner haben wir hier eine Aufnahme von zwei Geparden. Das ist im Nationalpark Tarangiere gemacht. Steffen, wo auch immer das ist, man kann nicht jeden Nationalpark kennen. So, was hast du in technischen Daten benutzt? 640. Blende 6,3. Brennweite 273 mm an Kleinbild. So, ähm. Ich finde es erstmal toll, dass ihr die beiden Geparden überhaupt gefunden habt zum Fotografieren. Das ist erstmal super. Aber ich finde, dass die Schärfe auf dem linken auch optimal sitzt. Der rechte ist schon so ein kleines bisschen Out of Focus. Ähm. Ich denke, das hättest du bei einer 640. vielleicht sogar noch lösen können, wenn du noch ein bisschen mehr abgeblendet hättest. Oder aber, ähm. Ja. Mehr abgeblendet hättest und dann den ISO-Wert sogar hochgenommen hättest. In allergrößten Not. Einfach um, ähm. Mehr Schärfentief ins Bild zu bekommen. Das hast du sehr wahrscheinlich im Sucher vor Ort nicht sehen können. Nehme ich jetzt mal an. Aber das ist schade, dass der rechte Gepard, der eben genau auch noch in der Bildmitte sitzt, derjenige ist, der unschärfer abgebildet ist als der linke, der noch ein bisschen mehr verdeckt ist von den Zweigen im Vordergrund. Die übrigens, äh. Sehr im Fokus sind. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Die Zweige im Vordergrund links vor dem, äh, linken Geparden, die wirken fast schärfer als der gesamte Rest im Bild. Das ist nicht ganz so. Aber, äh, es wirkt halt so ein bisschen so. Das heißt, äh, ja, vielleicht hat seine Kamera sogar auf einen der Zweige fokussiert. Das kann ich nicht ganz genau sagen. Ähm. Wie auch immer. Schön finde ich, wie die beiden positioniert sind. Ihr wisst, die Schärfe ist nicht alles im Leben, wie die beiden positioniert sind. Ähm. Äh. Auch wenn der eine in der Mitte sitzt, der andere hebt diese mittige Wirkung sehr gut auf. Ich finde es toll, dass die so in zwei völlig unterschiedliche Richtungen gucken. Das macht das Bild auf alle Fälle spannender, weil man sich fragt, äh, was beobachten die beiden gerade? Die Diagonale hier im Vordergrund über dieses Gras von links nach rechts unten in die Ecke ist schön. Auch der Hintergrund mit den Bäumen ist ganz gut gelungen. Ich finde es insgesamt trotzdem ein gelungenes Foto. Äh. Ja, bis auf eben die Tatsache, dass ein kleines bisschen Schärfe fehlt. Von Christian Helmich haben wir auch. Ein Zebra-Fohlen mit seiner Mutter. Das wirkt so ganz anders, ne? Wenn wir mal bedenken, wie das von der Hilde ausgesehen hat und dieses hier. Da muss man jetzt der Hilde im Nachgang vielleicht nochmal doch zugute halten, dass ihr Foto eine bessere Perspektive hat als das hier. Das ist doch sehr stark von oben runter fotografiert. Und es sieht hier auch so ein bisschen so aus, als... Ich hätte was gesagt, es sei das ein Zebra-Gehege. Also auf alle Fälle ist ja das gesamte Gras tot. Und es haben verdammt viele Zebras ihre Äppel dahin geäppelt. Und deswegen wirkt das so ein bisschen mehr ein Nachgehege. 640. Blende, 4,5, 150 mm, respektive ein Kleinbild, 225 mm, also APS-C. Was mir nicht so gut gefällt, Christian, ist tatsächlich also erstens, wie der Hintergrund aussieht, aber zweitens vor allem die Perspektive. Du hast sehr von oben runter fotografiert und du hast dann auch noch die Zebra-Mutter sehr mittig fotografiert, was dem Bild auch nicht wirklich gut tut. Das hätte man sicherlich durch einen geschickteren Bildaufbau viel besser machen können. Und vor allem, selbst wenn du im Jeep gesessen hast, runter, also nicht im Jeep noch stehen oder irgend so ein Blödsinn, sondern die Kamera schön runterhalten, sodass du einfach tiefer kommst und dass die Zebra vor der weiten Steppe stehen. Man sieht das ganz schön auf dem Bild von dem Steffen. Da sitzen die Geparden ehrlicherweise auch noch ein bisschen höher auf dem Hügel. So wirkt das auf mich. Ändert nichts daran. Auf alle Fälle weiter runter mit der Kamera. Heinrich Vianden hat ein Tigerfoto eingesandt. Also ich weiß nicht, Heinrich, ob du das zur Afrika-Folge eingesandt hast, kann ich nicht ganz genau sagen. Es ist jetzt hier drin gelandet. Aus welchen Gründen auch immer. Jeder, der sich ein bisschen mit Tieren auskennt, der weiß, Tiger leben gar nicht in Afrika. Nichtsdestotrotz hier als Großkratze bleibt es jetzt hier in der Folge. Ich habe es jetzt geöffnet und insofern wird es jetzt auch besprochen, egal ob es zu Afrika gehört oder nicht. 4 Hundertstel, 300 Millimeter, Kleinbild, Blende 6.3, ISO 400. So, schöne Schärfe, gute Position, sehr schön dicht dran. Auch der Hintergrund ist relativ ruhig, was mir ganz gut gefällt. Ich nehme an, das ist kein Wildlife, was mir missfällt ist. Und das ist die Pest an Festbrennweiten in der Tierfotografie. Dass wir vorne die Pfoten nicht ganz drauf haben und dass der Tiger auch links am Bildrand angeschnitten ist. Das hätte man einfach natürlich schöner lösen können, wenn man dafür gesorgt hätte, dass man ein bisschen rauszoomen kann. Das ist mit Festbrennweiten schwierig möglich. Und ich nehme an, das ist hier eine Festbrennweite. Nichtsdestotrotz ein ganz gelungenes Tigerfoto. Das nächste Bild für heute, das ist von dem Max Studer. Und der Max, der hat hier irgendwie auch ein Katzenfoto geschickt. Da kann ich nicht ganz genau sagen, ob das ein Leopard ist oder... Ich weiß es einfach nicht. Auf alle Fälle fotografiert 250 Blende 10, 225 Millimeter Brennweite. Ja, Max, was mir natürlich ganz doll auffällt, ist, dass es sehr wahrscheinlich nicht in Afrika fotografiert oder aber in Afrika unter sehr kontrollierten Bedingungen. Weil das, was wir im Hintergrund sehen, dort, wo diese Katze drauf liegt, am Bildtitel ist von dir übrigens Gute Tarnung. Ja, das stimmt. Ist aber natürlich überhaupt nicht natürlich für Katzen, sondern wir reden hier über Stroh. Das heißt, das sind die Halme von Getreide, wo die Ehren schon höchstwahrscheinlich gedroschen sind, abgeerntet und so weiter. Und dann wird auch Stroh gemacht. Das nennt man als Einstreu in Stellen. Und so sieht das hier eben auch aus. Zumindest wirkt es so auf mich. Sehr mittig. Die Katze Fokuspunkt sitzt auch nicht so ganz ideal. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, der Fokus sitzt ein bisschen weiter vorne Richtung Schnauze und nicht so richtig hundertprozentig auf den Augen. Das kann ich mich aber auch täuschen. Könnte man auch durch Nachschärfen noch regeln. Am unten nicht so richtig schön angeschnitten. Dann haben wir unten rechts noch so grünes Gras, was reinwächst. Und außerdem ist Gute Tarnung das eine, aber das Gewusel im Hintergrund lenkt doch auch sehr stark von der Katze ab. Also ich finde das wirklich leider kein gutes Katzenporträt. Von Udo Scheu haben wir diese Aufnahme eines Geiers gemacht. Belichtungszeit 320 mit einer Blende von 5,6 und 140 mm Kleinbild. Udo, das finde ich ist dir ganz gut gelungen, das Foto. Ich finde den Hintergrund sehr schön aufgelöst. Schönes Bokeh ist, ich habe hier auch Quatsch erzählt, ist nicht mit 140 mm Kleinbild gemacht, sondern mit 140 mm an Microferserts, also mit dem Winkel von 280 mm Kleinbild. Das wurde mir hier nur in den EXIF-Daten ehrlicherweise falsch angezeigt. Warum, weiß nicht ganz genau. Also, ich finde den Hintergrund sehr schön aufgelöst. Der ist schön unscharf. Gleichzeitig ist die Unschärfe auch tatsächlich so groß, beziehungsweise die Schärfentiefe so gering, dass sogar die Schnabelspitze noch ein bisschen in der Unschärfe sitzt. Aber auch hier sehr mittig natürlich. Der Kopf und viele der Stellen der hellen Federn wirken auf mich sehr ausgebrannt, was sehr schade ist. Und ja, die Positionierung und der Bildaufbau sind hier einfach auch kein wirklich guter. Horst Dunkhorst hat einen Affe mit Jungem im Mangrovenwald fotografiert. Ob das in Afrika ist oder nicht, keine Ahnung. Ich bin kein Biologe. Auf alle Fälle eine 2.500. Blende 4,9, 197 mm Microferserts. Also es sind, lass mich kurz überlegen, 394 mm Kleinbild. Also auch ein ordentliches Zoom, was du da verwendet hast. Ich finde das insofern erstmal ganz so gut, als dass du den Tieren nicht so nahe gekommen bist. Was ja die größte Gefahr ist quasi. Die größte Gefahr für die Tiere geht ja von uns aus, von Menschen, das ist klar. Und wir sollten schon einen ausreichenden Abstand halten, selbst wenn die Gegebenheiten so halb kontrolliert sind. Trotzdem schön ein Stückchen wegbleiben. Das hilft auf alle Fälle, dass man die Natur nicht beeinflusst und stört. So, jetzt gucken wir mal sonst auf das Foto. Es ist auch ein bisschen mittig fotografiert. Es ist ein bisschen schade, dass der Affe so nach links gegen den Bildrand guckt. Am wenigsten gefällt mir der Anschnitt unten. Ihr wisst es, unterm Knie schneide nie. Und das gilt auch für andere... Ey, jetzt fange ich hin. Ich setze es neu an. Unterm Knie schneide nie. Und das gilt auch für alle anderen Gliedmaßen. Und hier ist die Hand und auch die Unterschenkel angeschnitten von dem Affen. Das gefällt mir nicht so richtig gut. Zumal du ein Zoom-Objektiv hattest. Das ist nämlich das 100-300 von Panasonic. Da hättest du ein kleines bisschen rauszoomen sollen. Das wäre schöner gewesen. Die Einrahmung oben über das Grün gefällt mir hingegen wirklich ganz gut. Last but not least ein Foto von Michael Britz aus Namibia. Ja, Michael, wer kennt sie nicht? Die Sanddünen und die Toten Bäume. Sehr schönes Foto davon. Also, die sind ja quasi fast genauso berühmt wie Diamond Beach auf Island oder bestimmte Landzüge in der Toskana oder wo auch immer man im Übrigen auch mit uns hinreisen kann. Ich selber war dort an den Sanddünen, weil wir auf unserer Namibie-Reise in der letzten eine Tour von Windhoek aus nördlich gemacht haben. Aber du hast es gut fotografiert zu einer ja nicht ganz so günstigen Tageszeit, wie wir an dem Schattenwurf des Baumes sehen. Die Sonne steht quasi senkrecht. Und trotzdem wirkt das sehr schön plastisch. Gut gelöst. Ganz guter Bildaufbau. Ich hätte sehr wahrscheinlich den Baum noch ein kleines bisschen weiter nach rechts verfrachtet. Also so ein bisschen mehr vor dem höchsten Teil der Sanddüne. Und das hättest du gemacht, indem du ein bisschen weiter nach rechts gegangen wärst. Also nach links im Bild verfrachtet. Du wärst nach rechts gegangen. Dann hätte die Perspektive sich verändert. Der Baum würde mehr vor dem hohen Teil der Sanddüne stehen. Das wäre, glaube ich, noch schöner. Aber trotzdem insgesamt ein tolles Foto mit tollen Farben. Diese Komplementärfarben aus dem Beige und dem Blau, die passen eben wunderbar zusammen. Das weiß auch jeder. Und diese Bäume sind halt auch einfach wahnsinnig fotogen. Mir gefällt das Bild sehr gut. Wer Bock darauf hat, 2020 mit nach Namibia zu kommen, die, die mir schon mal geschrieben haben, brauchen das nicht tun. Aber wer sagt, ich habe mich da noch nicht zu gemeldet, der kann mir super gern eine E-Mail schreiben an frank-at-beste-fotoschule-von-welt.de. Dann nehme ich euch in einen exklusiven Verteiler auf zum Thema Namibia. So wie wir es bei manchen anderen Reisen hier auch immer wieder ankündigen, so gibt es das auch zum Thema Namibia. Sobald 2020 die Planung losgeht, seid ihr dabei und werdet informiert, denn da fahren wir wieder nach Namibia. Vielen Dank, dass du bis zum Ende geguckt hast. Ich sehe es ja an den Statistiken. Das machen sehr viele von euch. Das finde ich sehr, sehr cool, weil das zeigt mir, dass die, die eingeschaltet haben, auch bis zum Ende weiter gucken. Und das ist einfach eine großartige Sache. Wenn du dazugehörst, dann gibt es jetzt keinen Grund, nicht das Video zu teilen oder aber auch nochmal einen Daumen nach oben zu geben. Ihr wisst es, der ganze Kanal lebt von der Sichtbarkeit und er lebt davon, dass der Kanal wächst, dass mehr Abonnenten dazukommen. Und da kannst du zu beitragen, da wäre ich dir super, super dankbar. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit, schönes Restwochenende und dann sehen wir uns am Mittwoch um 17 Uhr mit dem Fotoschule Mittwoch oder am nächsten Samstag um 14.30 Uhr mit dem Bildbesprechungs-Samstag wieder. In diesem Sinne, mach es gut, immer schöner denken, wir sehen uns wieder.